Hallöchen die Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Green Hell. Ich will den Stein jetzt. Ich wollte nur was trinken, wenn wir schon da sind. Da drüben wieder schauen, ob was verreckt ist. Tatsächlich aber ich glaube, nach wie vor sind hier leider nichts brauchbares. Hier kann man ein paar Pilze essen, die erstmal gleich weg. So, da wäre eine schöne Krabbe gewesen. Ist denn noch dieser Teufelsrochen hier? Sowas hätte ich nämlich auch mal gern gebraten. Na, aber normale Fische. Früher war wieder Fische zu fangen. Das war für die geistige Gesundheit auch nicht schlecht. Sollten wir das mit Fische lassen? Es sind nur mehr drei hier drinnen, ne? Wegen Popularität, dass sie sich wieder vermehren. Ich glaube, das geht sogar. Stecken, stecken, stecken. Ja, das werden wir gleich fällen, würde ich sagen. Ich weiß, unsere Knochenaxt ist gleich hinüber. Aber es macht nichts. Wir werden dann bald jagen gehen wieder. Bist du jetzt einmal hin? So. Also, zack, zack. Komm. Okay, der will ja nicht. Stimmt, geht ja nicht. Äh, wo ist er? Da. Ich muss hier noch irgendwas aufbauen, eine Wand oder irgendwas, damit diese depperten Viecher nicht immer hier rein können. Ist ja unverantwortlich, sowas. Was, wie geht's uns? Beschissen wie immer. Ja. Zu futtern, ja. Ich würde sagen, die Dinger hier essen wir mal. Und was wir mit dem machen sollen, ich weiß es nach wie vor nicht. Ich schmeiß es mal hier hin. So. Keine Ahnung. Zum trockenen haben wir nach wie vor noch was. Das ist auch schön. Das Lagerfeuer möchte ich auch fertig bauen nach Möglichkeit. Ähm. Wir brauchen was zu essen. Das heißt, wir müssen jagen. Halt. Stecken. Wir müssen jagen. Wir müssen jagen. Jagen, jagen. Alala. So. Nach wie vor halt nochmal. Äh. Ja, ja. Da können wir eigentlich schon Waffe Bogen. So. Ich bilde mir immer ein, dass ich da fliegen höre. Oh. Da ist ein langer Stock. Den muss ich mir merken beim Zurückgehen. Ich will jetzt nur mal als erstes. Oh Mann. Der ist immer so. Ich bin immer müde. Dann gehen wir halt schlafen, du Arsch. Echt. Entschuldigung, aber ist ja wahr. Der ist echt. Der ist echt. Also aushalten tut der gar nichts. Überhaupt null. Hä? Oh, hallo. Aushalten tut der echt null. Katastrophe. 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 So. War der gerade ein durch? Also eine Echse? Die wollte ich schon immer mal fangen, aber... Ja, so wie wir beieinander sind, geht dir nix. So. Geh mal pennen. Weil der arme Mann ist ja schon immer so müde. Gute Nacht. Schlaf gut. Es ist ein Wahnsinn. Es ist echt ein Wahnsinn. Immer nur am pennen. So. Nochmal, weil es ist ja Nacht. Vier Uhr morgens, das passt ja. Das ist okay. Scheinlich sind jetzt alles voll mit Einwohnern. Freck mal wieder, weil wir es können. Wahnsinn. Gar nicht wahr. So. Dann würde ich sagen, wir speichern. Ähm, hier drauf wieder. Ja, bitte. So. Unfassbar. Es geschehen noch Wunder und Zeichen. So. Röstelchen. So. Super, dann können wir ja sogar... Ähm, was mache ich denn? Feuer machen, wollte ich sagen. Oh, wir haben nix mehr. Ich habe kein trockenes nix mehr, ne? Oh. Da fällt mir gerade ein, das möchte ich probieren. Kann man da mit Kohle da auch was machen? Nein. Geht das hier? Nein. Feder. Schaut nicht aus, ne? Da brauchen wir wirklich was Trockenes. Okay. Das heißt, Feuer ist gestrichen, weil ich da trockenes Laub brauche. Und es regnet... Ja, es ist Dschungel. Es regnet immer. Das meiste, was im Dschungel vorkommt, ist, glaube ich, Regen. Ähm, wir brauchen da also wieder so eine Pflanze, ne? So ein... Trocken-Dingens. Alter! Wir brauchen Trocken-Dingens. So ein Papagei zu erlegen ist auch nicht möglich, glaube ich, ne? Ja, super getroffen. Gibt's nix. Gibt's gar nix. Gibt's gar nix. Pfeil, wo bist du? Oh. Da ist das Viechlein fort. Und unser Pfeil auch. Na, großartig. Ähm. Ich wollte mir jetzt was zum Essen suchen. Ich muss... Ich müsste 25 sagen. Gleichzeitig mal bauen. Und essen. Und ja. Und das und dies und jenes. Ich bin grad voll leise, weil ich immer glaube, ich höre was Knurren. Kann man hier hoch? Tatsächlich. Okay, das geht schon mal. Das klappt. Okay. Wen uns nämlich was angeht. Okay. Hier ist glaube ich ne Schlange, oder? Yay! Hab dich! Hä? Wo kommst denn du her? Huch! Okay. da 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 lecker schlangenfleisch ja klapperschlangenfleisch und ein pfeil die habe ich nämlich gerade zufällig hier glitzern sehen und da dachte ich mir die nehme ich mit der kommt hier rein na super wie soll ich denn das platz technisch hinkriegen das ist sowieso ein bisschen ärgerlich dass die pfeile nicht alle so runter stehen können könnte man sich ja glatt platz sparen das ist ja kompletter irrsinn da 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 voll ok geht's warte mal vielleicht geht da noch was den knochen noch ein stückchen runter vielleicht als müsste man fast aufrecht stapeln kann man denn ja das kann man drehen aha mit rechter aha ok was ist mir trotzdem ein rätsel so warte mal so warte mal geht sich der jetzt schon aus der braucht platz ok vielleicht jetzt ha 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 nein alter schwede kann man die na ähm jo der ist ein bisserl ein problem ne das ist lange drum warte mal kann man nein das hat natürlich nicht platz ähm ich versuche den jetzt mal irgendwie keine ahnung puh ähm da oben in die platz zu machen aber ich glaube das kriege ich das kriege ich nicht hin völlig chancenlos glaube ich da oben in die platz zu machen so da ist überhaupt das klappt überhaupt generell nicht ha ich glaube den müsste ich so nach hause tragen probieren also wirklich so und dann gehen aber ich sehe halt überhaupt keine richtung gar nichts hat's jetzt hingehauen ja hat passt gut schön sehr gut hä was war hier stecken wahrscheinlich da haben wir wieder früchtchen eins zwei drei stück sehr sehr gut ja natürlich selbstverständlich passend schlechtes wetter wo ist denn da immer was ah warte bist du hast du trocken nein hat von euch hier irgendjemand trockene äh blätter es regnet eigentlich viel zu sehr viel zu stark dass da irgendwas trockene blätter kriegen könnte glaube ich okay ah hier einmal bitte unsere achs und zack sehr fein so die trocknen immer mit na da war ein normales das brauchen wir nicht halt palmblatt palmblatt gibt es kein trockenes mehr da war nur ein trockenes das kann nicht sein oder ja die blätter halt mit oder leicht enttäuschend das muss man schon sagen wahrscheinlich ist jetzt ein jaguar und die ureinwohner dort in unserem lager weil wir zu lange weg waren das hat mich jetzt erschreckt du hast mich jetzt erschreckt du fisch ja unser ich hätte gern mal ein feuerchen herrschaft seiten fleisch mäßig haben wir nur ein kleines bisserl was ist eh wurscht aber so benutzen und einmal nur ein einziges trockenes blatt so und wieso geht es denn jetzt wieder nicht er ist müde ne ach Gott der macht mich krank dann schlaf halt wieder das beste was du tun kannst gute nacht das ist halt echt ein bisschen lästig muss ich schon ganz ehrlich sagen dass der so derbe müde ist die ganze zeit das ist schon übel man kann hier nämlich nichts machen nichts so freund geht es jetzt endlich danke so feuerchen machen unfassbar und hä was machen wir mit dem sammeln achso natürlich das fleisch auch so ne stachel rochen stachel aha da kommt mir gerade eine idee mir kommt gerade eine idee so als erstes gehen wir braten fleisch so so und so die früchtchen tun wir mal essen nom 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 so sehr gut das hätten wir schon mal dann werden wir was trinken ich muss einmal schauen wie schauen wir gesundheitlich aus ja nicht so fisch du sollst das nicht nehmen du sollst das nicht nehmen du sollst das trinken mit tee trinken wie hast du die jetzt hingestellt ne so danke trinken 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 da drüben nein das sollst du eigentlich nicht nehmen das sollst du hinschmeißen so unglaublich so wie geht es mit dem essen voran klapperschlangenfleisch gekocht passt würde ich sagen nehmen wir mit ähm was machst du denn da ich will das fleisch essen unglaublich ok ah das ist noch roh warum auch immer jetzt wird es gebraten das ist auch noch roh ok das klapperschlangenfleisch ist auch noch roh ich glaube das werden wir zum trocknen geben die zwei weil zum trocknen das ding ist ja wieder da komischerweise also zack und zack passt und das hier tun wir essen Mahlzeit und das essen wir auch super so ich dachte liegt was so was nun was nun ähm ein Egel schon wieder eingefangen das ist ja wahnsinnig ich gehe nochmal kurz zum Wasser oh da ist halt mich etwas gebissen aber ansonsten sind wir gesund passt so wie spät haben wir es ich glaube zu ziemlich spät glaube ich das heißt es wäre sinnvoll noch einmal ein bisschen schlafen zu gehen so ja dann ist 4 Uhr morgens das passt dann heißt es wieder weiter äh Bäume klatschen Arbeit 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 so wieder mal was trinken und klug und klug und klug und klug 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 egal die Kohle brauchen wir eigentlich nicht wurscht ähm genau ich wollte dann was bauen wir haben jetzt hier den da ähm jetzt fällt mir dieser lange Stock ne den müssen wir holen ich habe da hinten auch giftgrüne Pilze gesehen die sind sicher bekömmlich die können wir sicher ähm problemlos essen ich wollte jetzt eigentlich essen so mal schauen ob wir meine Lebensmittelvergiftung kriegen nein die geben uns Energie das ist super da würde ich sagen den fressen wir auch gleich weg so mal Zeit ähm ja da brauchen wir nichts mehr alles klar ähm was haben wir jetzt die Axt ist hin ne genau das heißt wir brauchen eine neue das heißt wir brauchen das hier ich sollte aber auch was jagen gehen ne für die Knochenaxt haben wir zu wenig äh zu wenig Äxte genau zu wenig Knochen wollte ich sagen das heißt wir sollten noch ein Tier hier erleben so 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 tut mir leid für den Kleinen aber es hilft nichts wir brauchen Zeug so alles aufgesammelt glaube ich schon so dann brauchen wir den da so eine Maus nein warte die müssen wir hä hier da ist sie ähm sammeln so passt das heißt wir müssen jagen gehen so da da ist nochmal so einer oder ist jeder gleiche glaube ich nicht aber der ist ja gleich ich glaube der ist erledigt oder auch nicht aber jetzt so so sehr sehr gut die Pfeile nehmen wir natürlich auch mit oh Entschuldigung so so und das nehmen wir auch mit Fisch und natürlich unsere Pfeile ich bin gerade am lauschen mir kommt nämlich so vor als wenn es bei uns draußen stürmen würde Alter wie viele Pfeile hä ich glaube das ist ein Bug oder sammeln wir jetzt unendlich Pfeile ich glaube das ist echt ein Bug drei Stunden später okay keine Ahnung ähm oh der Knochen ist zu viel das macht nichts wir nehmen den Knochen jetzt gerne mit wenn ich ihn erwische komm Knochen so äh der Knöchen dann ein Seili dann ein Priegel und ich glaube da war noch ein Knochen Knochenaxt tada super und die rüsten wir auch gleich aus sehr gut sehr gut damit hat der Pfeile jetzt auch Platz hervorragend ähm wir brauchen wie immer wie immer und jeden Tag ein Haufen Zweige das heißt wir machen was kaputt den da zum Beispiel so oh ja super oh die Kokosnuss ich sollte die vielleicht noch da lassen ähm hallo lange Zweige glaub da ist niemand ne gibt's 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 hier keinen langen Ast echt jetzt na schaut nicht aus ok super das war so nicht geplant dann muss wohl der dran glauben und zack und zack zack hui zack ja ist ein bisschen müde schon wieder Pause oh jetzt hat er wumms da ist sicher wieder Holzscheit dabei aber ich hoffe trotzdem auch dass hier oder auch nicht lange Stöckchen dabei sind wir sind schon wieder überladen das ist hervorragend da ist jetzt wieder nix echt jetzt dein ernst und auch hier schon oder ja da haben wir mal einen sehr gut und noch einen sehr gut die Holzscheite holen wir uns später jetzt schleichen wir uns erst einmal zurück zum Lager wenn man das halt noch laufen nennen kann was wir hier machen so da part ist auch gleich zu Ende hurra hurra war das jetzt gerade eine Schlange na das war die Echse oder puh tap 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 genau ich wollte das bauen das möchte ich noch schnell ausprobieren was das jetzt gewesen ist ich hoffe dass wir jetzt das richtige Item dabei haben nämlich den hier diesen Stachel nein das passt nicht schade hatte ich gehofft gehabt Knochen war auch falsch oder Knochen mit Seil was kommt da raus also der Knochen ein Knochenspeer haben wir den schon wir haben den Steinspeer ne dann würde ich sagen verbrauchen wir den Steinspeer zuerst aber was wir hier draus vielleicht diesen drei Zacken Speer hier keine Ahnung kompliziert da 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 zack und zack sehr gut so schön langsam wird's ja zumindest kann hier schon mal keiner mehr rein das ist schon super und wir können hier auch nicht mehr raus wie's ausschaut das ist auch super das heißt das kann auch keiner rein das freut mich sehr äh was brauchen wir ich glaub was zu trinken was zu essen oh wir haben irgendwas schon wieder mit geistiger Gesundheit wir sind da irgendwo schon wieder wir haben da schon wieder irgendwo was beim Bein wahrscheinlich anderes Bännchen ja so besser der Blutegel ich hab den eigentlich vergessen gehabt hoppala so ähm Kohle 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 so ähm Feuer machen wird uns jetzt schwer fallen wir haben nämlich nichts trockenes mehr ähm das ist schlecht hm was können wir eigentlich hier raus machen mit diesem na erwische ich ihn ich glaube nicht jetzt da was können wir mit dem machen nix okay können wir daraus herstellen okay da gibt's noch kein Rezept dafür ich denke mal dass man aus denen vielleicht Pfeile machen kann ähm vermute ich jetzt mal können wir Fleisch aufhängen natürlich können wir das das machen wir auch sofort weil jetzt haben wir sehr viel Fleisch das werden wir sofort zum trocknen geben sonst ist das wieder kaputt so ich glaube da sind alle fertig und jetzt bräuchte ich endlich mal ein Feuerchen aber wie immer haben wir hier nichts trockenes das ist echt lästig kann man kann man vielleicht Blätter trocknen ich hab's noch nie probiert das wär schön ah hier haben wir hier haben wir was trockenes kann man die einzeln runterschlagen wahrscheinlich nicht da muss ich jetzt echt diese ganzen Bananenblätter hinmachen das passt mir aber auch nicht naja was soll's in der Notfrist der Teufel fliegen also zack zack ja der ist schon wieder müde sehr müde sogar komm das geht schon noch geht ja trockenes Blatt das brauchen wir mal so noch mehr trockene Blätter nach Möglichkeit da haben wir noch eins vielleicht sollte man den Baum vielleicht sollte man beim Baum auch warten bis komplett alle Blätter trocken sind aber dann kann man überhaupt nie mehr gescheiten Lagerfeuer machen ne ok mehr kann man gar nicht tragen jetzt muss ich mich da in Wengerleppe eilen so das will ich noch schnell hier hinklatschen zack 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 so und dann natürlich ähm ein Feuerchen da geht's ja nicht mehr aus wenn wir ja schon schlafen können dann ist das Fleisch wahrscheinlich kaputt ich werde die noch schnell essen dass die Flüchte nicht umsonst gesammelt worden sind das Fleisch ist noch eventuell verschmerzbar so und einmal schnell schlafen vielleicht zu viel ein, zwei Stunden das müsste reichen ist schon alles kaputt na geht noch passt dann können wir das noch schnell braten versuchen weil jetzt haben wir eh von dem Zeug genug und da muss ich echt aufhören Herrschaftszeiten so benutzen und trocken benutzen so trocken 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 sehr brav ja mach Feuer hallo mann du bist so doof mach Feuer weißt manchmal verstehe ich es nicht echt verstehe ich nicht ja verstehe ich nicht ich verstehe es nicht was ist da jetzt echt jetzt das Spiel ist schon ziemlich verpackt oder das Spiel ist echt mega nervig manchmal echt das kann man gar nicht anders sagen ja gut weißt was beenden wir das für heute das ist ein das ist ein Trauerspiel ihr Lieben ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören fürs Zuschauen wünsche euch einen schönen Tag einen schönen Abend je nachdem wie ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi und wir gehen